Das heißt, gestartet wird bei Grün, der vorher startet hat, leider keine Geschwindigkeit. Und der FC macht das mit 280 und jetzt hier im Audi RS4 mit TTE 950 Ladern und 1.000 RS Michael Harnel. 2,63. Da muss auf jeden Fall mehr stehen. So ein Klasse 5. Weißt du nicht? Scheiße, ich hör dich nur abgehakt. Alles klar. So, 3,63. Michael, noch mal. So, eine 72, 88. So, eine 72, 88.